Bist du nicht die... Bist du nicht die Alter aus Petsify? Will nicht lügen? Hab ich dir irgendwas getan? Ganz ehrlich, ich... Ich find die schon ganz hübsch, oder? Ich würd die schon ganz irgendwie angrabbeln, aber warte mal kurz. Ich will's halt nicht austesten. Ich weiß nicht, wo ich das jetzt mal gespür... Alter, nimm den Scheiß-Wesel! Jubelung, du hast du noch. Okay, ähm... Ich wollt jetzt einfach mal ausprobieren, ob irgendwas funktioniert, passiert. Okay, ja. Wir können also sterben. Haben wir das auch gesehen? Ja. We try. Spiel? Hallo? Ah. Okay, er muss erst mal wieder laden. Ich weiß jetzt nicht, von wo ich anfange. Ich hoffe, von meinem letzten Ladestand her. Ansonsten muss ich ihn separat laden. Und das war jetzt mal die kurze Fassung vom Ladebildschirm. Ähm... Dings hatten wir gesehen, da war ja ein Streiter, oder... Tut mir echt leid, ich muss da nochmal kurz zurück. Ich muss da echt nochmal kurz zurück. Einfach, weil ich da nicht probiert hab, irgendwas anzugrabbeln. Und ich hab das Gefühl, wenn ich da mit irgendwas intergiere, vielleicht bei der Party... Ich hab's ja bloß bei dem Typen versucht. Äh, dass ich da vielleicht noch irgendwas kriege. Auch wenn's, äh, relativ irrelevant, glaub ich, ist, wie ist das Spiel an sich. Aber ich weiß jetzt wenigstens, die Alte... Dürfen wir nicht berühren? Fies wär, wenn die noch wesentlich schneller wär. Äh, war das jetzt hier überhaupt? Ne, er kam ich wieder zurück, ne? Warte, 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 warte... Doch, war richtig. Und wir wissen ja, wo es lang geht. Deswegen seid mir nicht böse. Die Party war nicht da. Ich war eh falsch, tut mir leid. Das war ja nochmal... Das Rätselchen, was ich ja schon gelöst hatte. Aber dann müsste die Party doch gleich hier wieder sein. Äh, nein. Dann war die hier. Entschuldigung. Aber ich hab's Gott sei Dank noch wenigstens rechtzeitig mitgekriegt. Seid froh, das hätte sonst länger dauern können. So, weil die Party muss doch irgendwas zu bedeuten haben. Und ich weiß nicht, was der Sound gerade sollte, ob der einfach nur random da ist. Okay. Ich probiere ja einfach durch wildes Rumgeklicke irgendwie weiterzukommen, aber schade. Rutschen können wir leider auch nicht. Okay, gut. Einmal nix, mal wieder. Obwohl, wenn die komischen Viecher jetzt da gewesen wären. Ich hoffe, ich hab den Schlüssel jetzt aufgenommen gehabt. Ähm, wenn die komischen Viecher da gewesen wären, die die ganze Zeit so rumhampeln, so halbnackt sind, wäre, glaube ich, sogar noch ein bisschen lustiger geworden. War das jetzt hier? Bei Help Me? Ja, ich glaub schon. Dann müssen wir doch gleich wieder die Uschis sehen, oder? Wo sind die Lieblings-Uschis? Und hier ist so warm. Hier ist so fucking warm. Ja, doch, wir sind richtig. So, Schlüssel holen bei der Alten und dann weiter geht's. Und ich hab das Gefühl, wenn das doch noch ein bisschen dauern sollte, passt das. Passt das mit der Folgenlänge, äh, Folgenlänge, mit den Folgengröße? Okay. Äh, nee. Erstmal hier. Und wir mussten bei... Sam & Johnny wieder rein, ne? Wohann das? End, können wir hier auch abkürzen? Bobby? Hä? Hä? Welches... Na nö? Es war doch hier, oder nicht? Hier ist der heulende Smiley. Hä? Bin ich irgendwie anders gelaufen? Ah, nee, hier, komm. Ja, genau. Stimmt, wir sind richtig. Na komm. Na gut. Ich sollte es vielleicht nicht übertreiben. Ich sollte es vielleicht nicht übertreiben. Ähm, nimm das Ding, nimm das Ding, danke. Äh, wo bist denn du? Okay. Es tut mir echt leid, ich mein, du bist echt ne heiße Frau. Und ich weiß, du willst nur geliebt werden. Aber ich habe leider keine Zeit für dich. Wir müssen unserem Geschäft nachgehen. Frag mich nicht, wie ich draufgekommen bin. Irgendwie würde es schon passen. Ähm. Aber wo nutzen wir das jetzt? Okay, hier könnte ich eine Runde rumgehen. Hier war nichts. Ja, toll. So, das passt. Wir hatten einen Raum gehabt. wo mindestens zwei Gitter waren, die ich nicht aufmachen konnte. Oh Gott, bis wir den wieder finden. Ich würde euch ja kinder Angst machen. Heil. Oder war das hier? Ach nee, hier war die, ich hasse Schule teil. Äh, ja. Können wir das mitnehmen? Besonders, das ist so random, ob ich hier irgendwas greifen kann oder nicht. Obwohl, bei nur vier Trophäen ist ja, ja. Ich hoffe, ich langweile euch damit nicht. Aber ich bin halt so, ich muss irgendwie jeden, bei vernünftigen Spielen, jede Art von Trophäe sammeln. Okay, müssen teilweise nicht mehr vernünftig sein, aber, hey, haben wir schon wieder End? Moment. Wo war denn das mit den Gittern? War das nicht sogar noch weiter vorne gewesen? Schüttel haben wir. Nee. Auch nicht. Bäh. Alter, hör auf, dir am Schild festzuhängen. War das hier? Auch nicht. Hier waren die Uschis. Ah, lockt. Toll. Wir hatten doch noch ein anderes gehabt. Ach, schön. Und ich hätte gerne Hasen. Okay. Gespeichert ist, gespeichert ist. Schön, schön, schön. Ist das nicht das Viech, was vorhin weggekrabbelt ist? Scheiße, ich muss da hin. Jetzt habe ich wieder das Problem, dass da die ganze Zeit Savings steht. Also, das, was ich, was ich vorhin gemehnt habe. Ist das Krabbelviech jetzt da rausgekommen? Bist du so ein Viech aus Resident Evil? Ja, ein Feiner. Ja, ein Feiner bist du. Ja. Ja, wer ist ein Feiner? Ja, wer ist ein Feiner? Ja, ein Feiner bist du. Ja. 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 Entschuldigung. Ah. Alter. Ich habe gerade mit dem Hund gespielt. Da kannst du mich noch nicht so erschrecken, ey. Also, ich weiß jetzt nicht, ob der wirklich gespeichert hat, weil der da immer noch speichern steht. Warum muss ich jetzt so weit ran? Blöde Kuhmann, Alter. Dann geh doch vorher weg. Und so scheiße sehe ich auch nicht, aber das hoffe ich. Gut, den Jumpscair habe ich jetzt Gott sei Dank verpasst. Der war wieder nicht gut getabt. Der kam viel zu früh. Ich weiß nicht, ob ihr Grave Encounters kennt. Für mich mit einer der besten Fun-Footage-Filme. Ich glaube nicht, dass sie uns was tut, weil da ist ein Teddy. Ein Hase. Aber auf jeden Fall hat mich die Stelle gerade so erinnert an sie. Äh, an die Alte aus dem Film. Komm und seh mich. Jetzt nimm den Kackschlüssel, Mann. Typ. Danke. Wir hatten, das Ding ist offen und sie ist nicht mehr da. Okay, siehst du mal noch? Aber das Tor kann ich nicht öffnen. Aber warum ist da ein Hase? Wo ich da eigentlich drauf scheißen könnte, oder? Ich könnte auch einfach weitergehen. in der Hoffnung, dass dieses scheiß Viech mir jetzt nicht hinterherkommt. Natürlich. Natürlich, ich hab den Hund verarscht und jetzt rennt er hier frei rum. Hä? War das nicht geradeaus? Die ganze Zeit nur geradeaus? Ach nee, boah. Äh, Tor. Tor war oben. Ich würde dann, glaube ich, erstmal gleich das Aufnahmepäustchen machen. Ich hab ja relativ gut vorproduziert. Also es kann sein, ihr werdet es ja wahrscheinlich schon mitgekriegt haben, wenn es von der Länge her passt, vom Let's Play. Wir sind jetzt schon wieder Jay. Sorry. Home. Die Seite. Jay. Okay. Okay, ich würde vielleicht doch weitermachen. Es könnten Viertelstunden folgen werden. Okay, hier. Hier. Warte. Oder vielleicht 20 Minuten. Keine Ahnung. Hier ist Home. Geht's da auch raus? Wähle. Wenn das Wähler heißt. Nee, das wäre Tschüss. Entschuldigung. Siehst du? Also mein Englisch ist echt kacke. Ich hätte auch nach Hause gehen können. Ich soll gehen und ihn sehen, aber ich weiß nicht, ob das mit nach Hause gemeint ist, ob wir hier hin müssen, um ihn zu kriegen. Oh, Alter, dieses Mädchen. Obwohl sie eigentlich ganz lieb aussieht. Ich glaube, die wird uns nichts tun. Ich kann aber auch nicht zu ihr rein. Ich kann aber auch nicht zu ihr rein. Oh, ich bin draußen. Das hat mich auch ein bisschen an Grafencaulders 2 allerdings. War relativ scheiße. Okay, habe ich doch jetzt schon durch? Ich meine, es ist eigentlich ganz schön mit der Musik. Und der Horror scheint jetzt schon vorbei zu sein. Das Ding ist, ich würde jetzt schon gerne wissen, was jetzt passiert wäre, wenn ich bei Home reingegangen wäre. Okay. Weißt du was? Ich kann es leider nicht abbrechen. Das Ding ist, das können wir eigentlich nochmal schnell machen, oder? Die Credits durften ja, glaube ich, nicht zu lang sein. Ab der Stelle, wo ich es letztes Mal gespeichert habe. Da müssen wir bloß den Schlüssel holen und dann schnell durchrennen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das drei oder vier Folgen insgesamt werden. Es war doch kürzer, wie ich gedacht habe. Also, ich muss mir jetzt noch was Kurzes suchen. Und die Credits waren auch, äh... Nein, nicht nur... Entschuldigung, jetzt haben wir den tollen Ladebildschirm. Die Credits wären, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen zu kurz gewesen, um das, was ich sagen wollte. Gerade noch zum Spiel. Den habe ich zum Beispiel jetzt übrigens am Anfang auch rausgeschnitten, weil der auch ein bisschen lange war. Und wo ich nochmal in das andere Abteil gekommen bin, war der... Ich gehe mal ins Main-Menü. Und dann lade ich mal von der Stelle aus. Ich kann mir jetzt allerdings wirklich denken, weil ich will wissen, was passiert, wenn wir jetzt bei Home rausgehen. Was da jetzt noch ist. Also, ich meine, das ist jetzt nicht so lange, das kann ich machen. Ähm, kann also erstens gut sein, dass dann morgen auf jeden Fall noch ein weiteres kleines Spielchen kommt. Aber ich fand's an sich, kann ich jetzt schon mal sagen, eigentlich gar nicht so kack. Atmosphärisch war's schon gut gewesen. Auch so mit den Jumpscares an ein, zwei Stellen vielleicht öfters nochmal einen reinbasteln. Aber so die Viecher ganz gut, auch wenn die eben nichts tun. Oder wir, glaube ich, nur durch eine Alte sterben konnten. Äh, wo wir eh gleich, glaube ich, nochmal hinkommen. Oder nee. Warte mal. Ich mach's aber ganz schön lauter Geräusche. Ja. Ähm, ich kann mir, ich kann mir gut denken. Ich kann mir sehr gut denken, warum, ähm, das so eine schlechte Bewertung hat. Also es war jetzt nicht, ich glaube bei jedem Playstation kann es wirklich fünf Sterne geben, aber es war jetzt zweieinhalb oder ein bisschen mehr wie zwei. Ähm, die, glaube ich, nicht unbedingt an der Atmosphäre des Spiels oder wie es gemacht wurde. Ähm, das glaube ich mal gar nicht so, aber dadurch, dass man nicht wirklich viel machen kann, du hast hier auch, wenn du dir das nicht vorher durchliest, äh, worum es hier geht, also dass du eigentlich deinen Sohn suchst. Wir haben jetzt, zumindest stand es in der Beschreibung so, dass wir unseren Sohn suchen. Ähm, äh, für mich hat sich eher das jetzt angefühlt, als ob wir unsere Tochter suchen. Ähm, na. Wenn du das nicht gelesen hättest, wüsstest du gar nicht, worum es hier überhaupt geht, ne. Und, das ist schon mal irgendwie doof, du wirst nur reingeschmissen. Und was halt auch der Fall ist, für, also wie gesagt, mir ist es ja relativ egal, aber, das Ding kostet es, glaube ich, 13 oder 14 Euro. So, und, du hast es in einer Stunde durch, ist für den heutigen Stand da, sage ich jetzt mal mehr oder weniger, nicht so berauschend. Ich finde es schön, dass man hoffentlich zwei Enten hat, was wir jetzt vielleicht noch sehen werden. Aber vielleicht passiert auch einfach gar nichts und wir kommen auch wieder raus. Okay, die Enden sind kacke. Sorry, aber, ich hätte mir jetzt noch gedacht, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, was wählen muss oder so. Welchen Tod ich wählen muss. Äh, ja, äh, du hast doch nicht wirklich ein Ende. Ja, also, es, die Story, die da vorgesetzt wird, ist, ja, eigentlich gar nicht existent. Und was halt auch echt das Problem ist, wenn, ich weiß nicht, ob das in der englischen Fassung auch so ist, von der Beschreibung her, aber in der Deutschen war es so wenigstens so, ein episches Horrorspiel, was auf der Atmosphäre sitzt. Da ist wohl, glaube ich, ein bisschen sehr viel versprochen. Ich meine, ich fand es so an sich nicht kacke, für eine Stunde mal so, ja, okay, aber, äh, episch, episch sieht es für mich viel, viel anders aus. Oder ganz anders aus. Hättest du das Setting noch auf jeden Fall wesentlich länger gemacht, richtig schön die Schichte reingebaut, so Layers of Fear-mäßig halt gemacht, weißt du, da hätte das auch so mit den Monstern, mit der Grafik, alles vollkommen zugereicht, hätte es sogar weniger gelangt. Und das Ding war noch kostenlos. Also, deswegen, weiß ich nicht. Also, deswegen kann ich die Bewerbungsstube verstehen. Warum? Für mich wird es auch nicht super sein, aber, wie gesagt, Preis zur Spielzeit, hast du keine Relation eigentlich. Story, die nicht vorhanden ist, wenn du die nicht gelesen hättest, wäre sie auch nicht da. Theoretisch nicht gut, aber, wie gesagt, ich finde es schön, dass die Atmosphäre bei mir zumindest ein bisschen gezündet hat. Das habe ich auch relativ selten. Und ihr könnt euch jetzt selber ein Bild machen, wenn ihr es euch holen wollt. Falls ihr es mal selber so ein bisschen erleben wollt, vielleicht auch einfach warten, bis es echt richtig, richtig günstig im Angebot ist für einen Euro oder zwei. Weil, dafür ist es okay. Dafür ist es okay. Wenn man es dann alleine spielt und mal kurz ein bisschen Kusel haben, ein bisschen Gänsehaut zu haben, dafür wäre es dann perfekt. Aber halt für den Preis dann auch. Na, Judy, das war es mit Sohn. War echt ein sohniges Erlebnis. Ich glaube, ich werde wirklich bloß drei Folgen daraus machen. Und wir sind uns dann morgen zu einem nächsten klitzekleinen Horror-Let's Play, wenn ich eins finde, was nur fünf Folgen geht. Wieder. Es soll zumindest nur fünf Folgen gehen. Ansonsten, ja, wir müssen mal gucken. Also irgendwas werde ich da schon hinschustern. Oder wenn es gar nicht anders geht, gibt es ein Let's Play, was nur fünf Folgen geht, aber dafür dann die einzelnen Parts sehr, sehr lang. Irgendwas ich nicht unbedingt machen möchte. Also, egal. Wie auch immer. Also, bis morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Oder fürs, naja, fürs Einschlafen. Keine Ahnung. Fürs Mitdurchhalten auch nicht. Ihr wisst doch, was ich meine. Also, bis denn. Ciao, ciao.